In diesem neuen Lernvideo beschäftigen wir uns mit Kreisen aus dem Alltag. Das heißt, wir werden uns jetzt da verschiedene Gegenstände ansehen, Gegenstände, die ihr kennt aus eurem täglichen Leben und werden versuchen herauszufinden, ob sich darin Kreise befinden. Und vielleicht habt ihr bei den Intros zu diesen Lernvideos, das heißt diese Sequenzen am Anfang jeden Lernvideos mit der Musik, die ihr bereits gesehen habt, gut aufgepasst. Denn dort werden euch immer einige Alltagsgegenstände gezeigt, in denen sich Kreise befinden. Nehmen wir jetzt zum Beispiel noch einmal diesen Ausschnitt her. Ihr seht hier jetzt einmal zwei Kreise gezeichnet. Und wenn wir jetzt da mit dem Pinsel darüber malen, offenbart sich der Gegenstand, zu dem diese Kreise gehören. Und ihr kennt die Sequenz ja vielleicht bereits, das sind nämlich die Reifen eines Fahrrads. So, und jetzt da noch etwas Praktisches. Ich hole hier mal einen Alltagsgegenstand heraus, den ihr sicher kennt. Das ist ein sogenannter Stromverteiler mit drei Steckdosen. Das heißt, da kann man dann drei verschiedene Gegenstände anstecken. Und wenn ihr jetzt einmal genauer hinseht, dann findet ihr bestimmt sofort mehrere Kreise sogar. Da wären zum Beispiel die drei großen Kreise hier. Aber auch in jeder Steckdose, wie wir hier hinein sehen, befinden sich jeweils zwei kleine Kreise. So, und jetzt da kommen wir zu eurer Aufgabe. Auf eurem Aufgabenblatt seht ihr verschiedene Alltagsgegenstände gezeichnet. Und in diesen Alltagsgegenständen solltet ihr die Kreise finden, die sich darin verstecken. Diese Kreise solltet ihr einzeichnen, am besten mit einem Filzstift, der gut zu sehen ist. Und außerdem solltet ihr den Mittelpunkt vom Kreis markieren und den Durchmesser einzeichnen. Und damit das ganz klar ist, was ihr machen sollt, machen wir hier ein kleines Beispiel. Nehmen wir noch einmal die Steckdose her. Und zwar jetzt aber nur ein Bild davon. Denn auf der echten Steckdose kann ich nicht wirklich etwas einzeichnen. Das ist, glaube ich, eh klar. So, und als erstes zeichnen wir einmal den großen Kreis hier ein. Genau, den hier. Keine Sorge, wie das nicht so genau wird, weil ihr macht das ja mit der Hand und mit der Hand geht das nicht viel besser. Es geht ja eher darum, dass ihr den Kreis entdeckt. Gebt euch einfach Mühe, dann passt das schon. So, anschließend, wenn ihr den Kreis eingezeichnet habt, markiert ihr immer den Mittelpunkt. Das ist in dem Fall nicht so schwer bei dieser Steckdose, denn der Mittelpunkt ist schon von Natur aus durch diese Schraube markiert. Machen wir also den roten Punkt. Und vergesst auch nicht, den Mittelpunkt mit einem großen M zu beschriften, so wie wir das in dem Video davor gelernt haben. So, und als nächstes kommen wir zum Durchmesser. Der Durchmesser ist eine Linie und damit das halbwegs genau wird, verwenden wir dafür bitte unbedingt ein Lineal. So, zeichnen wir das mal ein. Also wir verbinden den Mittelpunkt mit der Kreislinie. Ist das jetzt wirklich der Durchmesser? Nein. Also wie ihr bestimmt schon wisst, ist das jetzt nur der Radius. Der Durchmesser ist ja doppelt so lang. Das heißt, er geht von einem Punkt auf der Kreislinie durch den Mittelpunkt zu einem anderen Punkt auf der Kreislinie. Also ziehen wir die Linie durch und beschriften wir die gerade mit einem kleinen d für Durchmesser. So, ist alles klar soweit? Wenn schon, dann könnt ihr loslegen. Ansonsten seht ihr euch am besten das Video noch einmal an. Viel Spaß bei der Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank.